. Topografische Karte ist es halt noch ein bisschen. Und dann, jetzt kommen wir... Und dann, jeden Abend habe ich eben wie gesagt, dann habe ich mich wieder hingesetzt und wieder... Dann habe ich gesagt, die Himmelsrichter stimmen nicht mehr. Ich habe gedacht, wir haben den Kompass stimmt. Ich habe doch die Karte versucht... Aber ich habe gemeint, das hat wahrscheinlich auch ziemlich viel Eisen dort drin. Ich habe gedacht, ich darf mich nicht auf den Kompass verlassen. Er spuckt. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich alle verlieren. Der Kompass stimmt wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, der Kompass ist total... Ich hatte aber nichts zu kontrollieren. Da habe ich gesagt, ich gebe ihn lieber auf. Ich habe gesagt, ich muss aber nach links abschwenken. Jetzt kommen wir noch am Ende vom fünften Tag. Er hatte noch eine büchse eingemachten Fische. Und ich hatte so viel Brot. Weisst du, das war hart. Das ist ein Brot. Das ist ein Brot. Das ist kein Brot. Das ist kein Brot. Das ist kein Brot. Und dann hatte ich zwei Apfel. Ich habe viele Apfel mitgenommen. Er sagte, du spinnst. Ich habe mir gesagt, es gibt nichts besser als 80% Wasser. Er hatte dann Wasser. Er hat mehr Wasser getragen. Ich habe mehr Apfel getragen. Ich habe gewusst, das gibt mir Energie und Zucker und alles. Ich habe aber auch Wasser mitgenommen. Er hatte immer Wasser getragen. Das ist, was ich gelernt habe. Das Apfel. Das Apfel. Das Apfel. Ich habe da hinein gelernt, dass nichts besser gibt als ein Apfel. Er hat sicher. Der Apfel hat uns beide gelitten. Und wir sind dann, an dem Abend, habe ich gesagt, so, jetzt sollten wir bei der Strasse sein. Die Strasse ist nicht da. Und, aber ganz eigenartig. Währenddem ich gelaufen bin, habe ich immer, immer wieder, natürlich am Boden geschaut und so. Und dann sehe ich, das war ganz unique. Jetzt muss ich das etwas vorausschicken. Ich habe auch hier immer noch an Gott geglaubt und nicht zweifelt, dass er uns leitet. Das ist mein, es hat ja ein wunderbares Wort, das ist mir schon manchmal gegeben worden. Ich will dich instruieren und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen musst. Und ich werde dich leiten mit meinem Auge. Das ist einfach, an das habe ich geglaubt. Er hat ja gesagt, bring dich nicht unnötig in Gefahr. Nein, nein. Nein, das habe ich nicht. Das ist natürlich Wahnsinn. Lass mich nicht an. Weisst du, wenn du da gehst. Es geht ja immer einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du. Das darf ich nicht. Aber nichts. Ich kann zwar angeisen. Und mal ein Bier zwischen dir. Kann schenken. Nein. Dann sind wir, jetzt denke ich noch, das sind eigenartige Steine. Die waren bei der Grössenordnung so hoch, schön geschliffen vom Wasser und sind drei weisse Steine, so grosse Steine. Und dann hatte es eben auch einen Ausgang. Und ich habe den Ausgang angeschaut. Weil wir jetzt am letzten Tag gewesen sind, wo wir die Zöne raus hatten, da denke ich, ja, da kannst du ja gar nicht rausgehen. Das ist ja, das ist ja, da hat es schon Eingang gehabt. Ja, etwa 50 Meter, aber dann sind grosse Felsen, die mitten im Flüsschen standen. Ich habe gesagt, das kann unmöglich sein. Dann bin ich rechts abgezweigd. Dann bin ich rechts abgezweigd und, also das heisst, ich bin nicht rechts abgezweigd, ich bin einfach weitergegangen. Ich hätte eben, das wäre gut, wenn ich das könnte finden auf dem Ding, aber ich müsste die Strasse, wir haben müssen zurückgehen auf die Strasse, aber weiter unten. Jetzt sind wir weitergelaufen. Jetzt ist jetzt Winter, es wird dann schnell einmal dunkel und ich sage Gerhard, ich weiss nicht mehr, wo ich bin. Ich bin verloren. Er sagt, du machst einen Witz. Ich sage, nein, nein. Ich sage, weisst du wo wir sind? Wir sind jetzt etwa 90, 80 Kilometer von der Strasse. Ja, das habe ich noch nie gehört. Er war ganz unbewusst von der Situation. Und dann sagt er, ja, ich finde die Strasse so. Jetzt habe ich gemerkt, in ihm ist Panik aufgekommen. Er legt den Rucksack ab und sagt, was machst du? Ich finde die Strasse. Er findet die Strasse. Wir finden sie nicht einmal da drauf. Er findet die Strasse. Er hat angefangen zu rennen wie ein wilder Sieg. Er ist an den Canyon runtergerannt. Er sagt, stopp das, sag ich, was du machst. Wir müssen den Weg finden. Wir können nicht den Weg finden, wir rennen da rein. Das bringt nichts. Er hat sich auch nie interessiert, wo wir sind. Absolut Panik hatte er. Und dann hat er gesagt, ich laufe zurück. Mit einem Dösli Fisch und mit 250 Milliliter Wasser, das er in der Flasche hatte. Er hat gesagt, das geht nicht. Er hat gesagt, wir sind Skeletons in drei Tagen, wenn wir da nicht rauskommen. Und dann kam die Nacht auf uns runter. Jetzt kommt die spirituelle Dinge. Erstens habe ich gesagt, so, jetzt ist es aber ganz ernst. Ich hatte keine Panik. Aber es ist schwer auf mich zu legen. Jetzt habe ich gesagt, Gott allein weiss. Er weiss alles. Wir haben auch mal etwas. Führ uns jetzt aus dem Ding raus. Da habe ich ihm aber gesagt, er sagte, du glaubst du an Gott? Er sagte ja, ja. Er sagte, du weiss nicht? Ja, nein. Er sagte, jetzt warten wir zusammen. Wolltest du da rauskommen? Ich weiss nicht. Weisst du, ich habe tausend Mal gesagt, ich weiss nicht wo ich bin. Das ist dem nicht in den Kopf gegangen. Er meinte, er meinte, ich mache es auch, ich mache einen Witz. Das war gar nicht bewusst. Dann habe ich gesagt, so, knündeln runter. Wir sind beide runtergeknündelt. Und ich habe Gott gebetet, Hilfe uns. Jetzt bin ich am Boden. Jetzt, 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 jetzt. Nein, jetzt, ist er noch ekel gewesen. Dann sagte er, ich habe Hunger. Ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, du hast ja noch eine Büchse. Ach ja, er hatte auch noch eine Büchseböhnchen. Ich habe gesagt, Büchseböhnchen, aber die sind kalt. Dann habe ich gesagt, dann mache ich ein Fühlchen und mache es warm. Hat er warme Böhnchen noch gegessen? Ich habe auch ein wenig gegessen von denen. Und dann bin ich abgelegen. Jetzt ist der Wind gekommen. Der Wind ist kalt. Der Wind ist so stark gewesen. Weisst du, das ist ja Sand. Der Sand ist gerade Sand gestrahlt worden. Ich bin dann hinter meinen Sack hingelegt. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt am Boden gelegen. Jetzt musst du dir vorstellen, wir waren in einer Gegend, wo, 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 wie da, wo die Felsen ganz nahe waren und dir nur ganz einen kleinen Blick gegeben haben. Ich weiß noch gut, das ist ja so, wie wenn es heute ist. Ich weiß noch gut, das ist ja so, wie wenn es heute ist. Ich weiß noch gut, das geht auch